Was für Nachricht ist auf dem Weg zu dir? Hier handelt es sich um eine Nachricht, die wahrscheinlich hat mehr zwischen den Zeilen, weil die ist maskiert. Das ist in Offentlichkeit. Vielleicht jemand dir etwas mitteilt oder auch etwas ausgibt, was nicht wahrhaftig ist. Als Person sich falsch ausgibt oder auch Mitteilung, die zwischen den Zeilen etwas dir sagen oder auch etwas verstecken sollte. Also es ist nicht ganz. Und das ist wahrscheinlich eine Nachricht von Social Media, denke ich mir. Daraus wird entstehen, dass dir einiges klar wird oder auch eine Situation aufklärt oder auch du bekommst Klarheit, Ehrlichkeit, auch Richtigkeit. Das kann auch sein, dass es dir das, was du noch nicht durchschaust, endlich sichtbar wird. Und es wird dir geraten, guck nach dir, weil das ist auch manche Verluste werden stattfinden. Das kann von Zeit, Energie sein oder auch als Ärgernis. Etwas, was dann knabbern kann an deinem Herzen. Schau dir genau an, was ist das, was knabbert an deinem Herzen. Und er sieht dann, was formats wird.